Ich weiss nicht, ob du das auch kennst, aber ich glaube schon, dass du im Gespräch mit einer Person bist und diese Person erzählt dir während des Gesprächs mal etwas über eine andere Person, die du nicht kennst. So ist es mir gegangen, als ich im Gespräch mit jemandem war und diese Person hat mir, ich sage jetzt mal, über den Serge anfangen zu reden. Ich habe den Serge nicht gekannt, aber diese Person hat mir ein bisschen Eigenschaften von dem Serge erzählt, was er gut kann, was sie schon mit dem Serge erlebt hat, aber auch ein bisschen über die Sachen, die ein bisschen Fragen aufgeworfen haben, einfach auf gewisse Begebenheiten, die sie mit dem Serge erlebt hat. Als ich so zugelassen habe, habe ich gemerkt, in mir drin passiert etwas. In mir drin, obwohl ich den Serge nicht gekannt habe, habe ich angefangen, ein Bild zu entwickeln, wie der Serge ist. Vielleicht kennst du das auch. Und hast du angefangen, auszumachen, so ist der Serge, aha, in diese Richtung könnte es gehen und diese auch nicht. Und ich bin zum Schluss gekommen, der Serge muss zwar ein junger, lässiger Typ sein, aber auch ein bisschen komisch. Und spannend war es nachher, ich habe wirklich den Serge kennengelernt. Mit meinen Vorurteilen bin ich in die Begegnung mit hineingegangen und wissen wir was, ich musste feststellen, der Serge ist gar nicht so. Der ist gar nicht so, wie mir die Person das vorgestellt hat. Sondern, dass das ganze Zweig ein Typ ist. Wie gesagt, ich glaube jedem von uns, er geht es so. Und ich glaube, vielen Menschen geht es auch so, wenn es um den Heiligen Geist geht. Heute starten wir in eine neue Serie, Heiligen Geist. Wir waren ja bis dahin im Neuen Testament, im Römerbrief, und haben Kapitel für Kapitel angeschaut. Und Kapitel 8 spricht ganz viel vom Heiligen Geist. Wer er ist und was er macht. Und darum haben wir gefunden, das wollen wir einmal zum Anlass nehmen, um einfach einmal vertieft darüber nachzudenken, wer ist denn der Heilige Geist. Weil vielen Menschen geht es genau gleich, eben wie bei mir in dieser Begegnung, dass wir nicht viel Wissen über den Heiligen Geist wissen. Vielleicht spezielle Sachen gehört haben. Vielleicht selber etwas erlebt haben, das wir nicht recht einordnen können. Und in dieser Serie wollen wir Klarheit schaffen. Wir wollen schauen, wer ist denn der Heilige Geist? Was macht er? Wie führt er einen im alltäglichen Leben? Mit was? Wollt er uns denn beschenken? Was bewirkt er denn in uns? Und das sind nicht Themen, die ich ausgesucht habe, sondern über das spricht die Bibel. Und darum ist es gut, an dieser Stelle einmal anzuhören, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist. Und darum ist das Thema von heute am Morgen, wer oder was ist der Heilige Geist? Und das führt mich gerade zum ersten Gedanken, der Heilige Geist ist eine Person. Das klingt vielleicht ein bisschen speziell, aber viele Leute haben oft das Gefühl, der Heilige Geist ist eine Kraft. Es ist etwas Undefinierbares, fast ein bisschen ein Es. Aber die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist eine Person ist. Jesus hat selber sehr viel über den Heiligen Geist geredet. Und eine Bibelstelle, für die, die die Bibel mit dabei haben, können das gerade mitlesen. Sie haben es auch auf dem Zettel, der auf dem Stuhl ist. Können wir das mitlesen, Johannes Kapitel 14, Vers 26. Da sagt Jesus Folgendes. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt, der Heilige Geist lehrt und erinnert. Das kann nur eine Person. Das kann nicht irgendwie eine ominöse Kraft, etwas Undefinierbares. Und das zeigt uns auch, wenn wir sonst in der Bibel sind, dass der Heilige Geist eine Person ist, die ähnliche Empfindungen hat wie mir. Ähnliche Charakterzeuge wie eine Person. Wie gesagt, er lehrt und erinnert, er tut reden, er hat Gefühle, er kann traurig gemacht werden, er tut aber auch Geschenke austeilen. Auch das können wir über ihn lernen. Wie gesagt, keine unpersönliche Kraft, sondern eine Person. Und warum ist das so wichtig? Man kann nur mit einer Person in eine Beziehung eintreten, aber nicht irgendwie mit einer Kraft. Das geht nicht. Sondern nur mit einer Person. Er ist aber nicht nur eine Person, sondern der Heilige Geist ist auch göttlich. Und das führt uns schon zum zweiten Gedanken. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine von diesen drei Personen der Heiligen Dreieinigkeit. Das heisst, er ist genauso Gott wie Gott Vater, wie Gott Jesus Christus. Er ist auch er Gott Heiliger Geist. Auch das können wir in der Bibel lesen. Und das mit dieser Dreieinigkeit, drei Personen und gleichein Gott, ist ja immer ein bisschen schwierig zu fassen. Darum habe ich euch ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen zum Ausdruck bringen kann. Das Bild von Wasser, die chemische Bezeichnung von Wasser ist H2O. Und wir haben hier drei verschiedene Auswirkungen von Wasser. Wir sehen hier Wasser im gefrorenen Zustand, Wasserdampf und Wasser im Glas. Drei verschiedene Ausdrucksformen von Wasser, wenn ich das mal so sagen kann. Aber alles ist Wasser. Und genauso ist es auch mit der Dreieinigkeit. Genauso ist Gott Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger Geist. Miteinander Gott. Drei Ausdrucksformen und gleich der gleiche Gott. Einheit in einer Vielfalt. Ein Gott, der gleichzeitig in drei Personen existiert. Und wie gesagt, mit unserem menschlichen Verstand werden wir das nie richtig fassen können. Aber es ist ein Geheimnis, es sind nicht drei Götter, in dem sind drei Götter, sondern es ist ein Gott in drei Personen. Und genau die Einheit, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, begegnet uns auch immer wieder in der Bibel. Und wir sehen dort das zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Da sagt Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Gott sagt nicht, ich mache, sondern uns. Und das zeigt ja schon, da ist mehr als einen am Werk. Nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heiliger Geist ist Gott. Und wegen dem ist er nicht den anderen untergeordnet. Sondern sie sind mitten an Gott. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil oft behandeln wir den Heiliger Geist steifmütterlich. Aber wenn wir den Heiliger Geist vernachlässigen, dann vernachlässigen wir in Wirklichkeit Gott. Das ist das, was wir von der Bibel lernen können. Er ist eine göttliche Person. Und dass wir dem noch ein bisschen auf die Spur gehen, möchte ich euch einfach kurz drei Eigenschaften von dieser Göttlichkeit zeigen, die wir auch in der Bibel lesen können, die zeigen, dass der Heiliger Geist Gott ist. Er ist Schöpfer. Er war an der Schöpfung beteiligt. In den ersten Versen der Bibel können wir lesen, dass er aktiv am Werk war, wo die Welt entstanden ist. Lass uns den nächsten Bibelfers lesen. Da heisst es am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Im Hebräischen ist Wasser übersetzt mit Tohu Wabohu. Das heisst nichts anderes als Chaos. Das ist das, was du antriffst, wenn du bei deinen Kindern ins Zimmer reingehst. Zum Beispiel. Oder wenn du deine Schreibtische Schublade aufmachst. Ich weiss es ja nicht. Dort ist vielleicht auch ein wenig Chaos. Und der Heilige Geist ist über dem Chaos geschwebt und hat Ordnung hineingebracht. Und hat daraus etwas Schönes entstehen lassen, die Erde, wo wir jetzt drin leben dürfen. Der Heilige Geist ist Schöpfer. Aber er ist nicht etwas Zweites. Er ist allmächtig. Das ist eine weitere Eigenschaft. Das heisst, ihm ist nichts unmöglich. Und auch da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, aus dem alttestamentlichen Buch Sakharia. Da sagt Gott, Und dass er allmächtig ist, da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Ich möchte euch ein paar nennen. Da ist zum Beispiel Maria, die Mutter von Jesus. Da kommt ein Engel im Auftrag von Gott und der Engel sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Und Maria hat gesagt, sicher nicht. Ich habe ja keinen Mann. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Zum Schwangerwerden braucht es einen Mann. Und der Engel sagt, die Kraft von meinem Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und was ist passiert? Maria ist schwanger geworden. Etwas, was menschlich unmöglich war. Oder im Alten Testament, der Gideon, ein junger Mann. Das Volk Israel war in einer Zerrisprobe. Das Volk Israel war immer unter der Herrschaft von anderen Philistern und anderen Völkern, die ihn unterdrückt haben. Und Gott kommt und sagt, Gideon, ich will dich brauchen, um das Volk Israel in die Freiheit herauszuführen. Und Gideon hat gesagt, das kann ich nicht. Ich meine, ich bringe eine Qualifikation mit. Ich bin zu schwach, ich bin zu jung, das geht nicht. Und dann heisst es, dann nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon und hat ihn befähigt, das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Oder der Simson, ein anderer junger Mann, der hatte so Kräfte, die waren übermenschlich. Und Philister, die die Finden von Israel, haben ihn immer wieder gefesselt, aber er konnte die Gefesseln immer wieder auseinanderreissen. Warum? Weil das Geist hat, dann nahm der Geist des Herrn Besitz von Simson und er befreite sich. Können wir in der Bibel lesen. Also Gott ist über ihn gekommen, hat die Macht gehabt und hat die Strecke zerrissen. Und noch etwas, wo uns die Göttlichkeit vom Heiligen Geist zeigt, ist, dass er allwissend ist. Er ist allwissend und das sagt uns, können wir zum Beispiel lesen im Neuen Testament. Denn durch den Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Weil der Heilige Geist Gott selber ist, kann er die tiefsten Geheimnisse von Gott wissen und die kann er uns dann auch zeigen. Und das finde ich so gewaltig. Er weiss alles. Er kennt die geheimsten Gedanken von Gott. Er hat Antworten auf jedes Warum und Wieso. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Da ist der Apostel Paulus unterwegs gewesen und wollte auf Kleinansien gehen, um den Menschen die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und nachher sind sie unterwegs gewesen und zumal können wir lesen in der Bibel, hat es den Heiligen Geist verwehrt, in die Richtung zu gehen. Es ist nicht gegangen. Und nachher sind sie in eine andere Richtung gelaufen. Nachher haben sie gemerkt, nein, da geht es auch nicht durch. Und dann hat der Paulus sich die Frage gestellt, ja, hey, wir wollen doch von Jesus erzählen, warum wird uns das verwehrt? Es wird uns nicht gesagt, wie es der Heilige Geist verwehrt hat, aber dass es gemacht hat. Vielleicht ist es gewesen, ein Schiff ist nicht gefahren. Oder vielleicht ist eine römische Legion im Weg gestanden, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat der Paulus in der Nacht einen Wachtraum gehabt und Gott hat gesagt, geh auf Mazedonien, dorthin musst du jetzt das Evangelium verkünden. Und das ist das, was das zeigt, er ist allwissend und er weiss, warum er manchmal Sachen nicht zulässt, wo wir denken, das ist der richtige Weg. Er ist allwissend und weiss, wo es durchgeht. Das sind einfach drei Eigenschaften. Wir können in der Bibel noch mehr lesen, aber einfach, wo wir es aufzeigen, dass der Heilige Geist Gott ist. Und vielleicht kannst du jetzt da sein und sagen, ja, das ist noch spannend. Das sind spannende Informationen. Wir haben gehört, der Heilige Geist ist eine Person, der Heilige Geist ist Gott. Aber wenn wir da stehen bleiben würden, dann ist es nichts anderes als Information. Ich möchte mit euch eine Stufe tiefer gehen. Der Heilige Geist ist uns auch gegeben, damit wir ihn in unserem Leben erfahren können. Und auch das können wir lernen in der Bibel. Der Heilige Geist, und das ist mein dritter Gedanke, ist unser Beistand. Jesus selber sagt Folgendes, bevor er die Erde verloren hat, sagt Folgendes. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also Jesus hat uns den Heiligen Geist als Beistand geschickt. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus das gemacht? Die Antwort ist ganz einfach. Weil wir ohne den Heiligen Geist als Christen nicht leben können. Kein Mensch kann ein glückliches und erfülltes Leben auf dieser Erde haben, ohne Jesus Christus. Das ist nicht möglich. Und kein Christ kann Jesus Christus wirklich nachfolgen ohne den Heiligen Geist. Das geht nicht. Und die Dringlichkeit zeigt Jesus, er muss kommen, hat er gesagt, wegen dem gehe ich weg, dass der Heilige Geist kommt. Ihr braucht ihn für euer Leben als Jesus-Nachfolger. Und wenn wir in der Bibel über den Heiligen Geist lesen, dann können uns das Wort Parakletos begegnen. Parakletos ist ein griechisches Wort und heisst nichts anderes als jemandem, der dir zur Seite steht. Und so wird der Heilige Geist als das beschrieben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist gerade in diesem Jahr an der Oster passiert, man sieht hier einen Tanker, der in Seenot geraten ist, der Schlagseiten bekommen hat. Und der ist in Gefahr gelaufen, dass der aufgrund läuft und dass der auseinanderbricht. Und dann kam ein graues Boot und hat ihn sicher in den Hafen gebracht. Ja genau, es sind sogar zwei Boote gekommen, das zweite sieht man gar nicht, um ihn miteinander reinzunehmen. Und das ist genau das Bild, das uns auch hier vermittelt wird über den Heiligen Geist. So ein Boot, wo einem anderen zur Hilfe kommt, hat man nicht anders gesagt, als Parakletos. Jemandem, der dir zur Seite steht, der dir hilft, aus dieser Seenot raus in den sicheren Hafen hineinzukommen. Jemandem, der dir zur Seite steht. Und Jesus hat gesagt, ich muss gehen, weil ihr brauchen jemanden in eurem Leben, der dir zur Seite steht, weil ohne das nicht machen können. Was heisst das konkret für unser Leben? Jeder von uns, auch wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, erlebt immer wieder, dass wir durch Umstände in unserem Leben in Seenot geraten. Sachen, die unser Leben durcheinander bringen, wo wir keine Antworten mehr haben, wo wir in Gefahr laufen, aufgrund zu gehen, wo wir nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können. Und das ist die Botschaft, die Gott uns in den Heiligen Geist geschickt hat als Beistand, eine unglaubliche, frohe und befreiende Botschaft. Wir haben vorhin gehört, dass der Heilige Geist an der Schöpfung Beteiligung war. Dass er der ist, der Ordnung in das Tohu Wabohu, in das Chaos hineinbrach hat. Der Geist ist heute auch noch der gleiche. Wenn immer er als Beistand ins Leben von Menschen hineinkommen ist, ist Ordnung in das Leben von diesen Menschen hineinkommen. Er bringt Ordnung und Frieden in chaotische Menschenleben hinein und stellt das, was auf dem Kopf ist, stellt er wieder auf die Beine. Ich weiss nicht, was du im Moment für eine Situation hast in deinem Leben. Vielleicht hast du ein Bezüchungschaos. Vielleicht hast du ein finanzielles Chaos. Vielleicht hast du ein Gefühlschaos aufgrund von irgendetwas. Vielleicht hast du auch ein Chaos, was deine Zukunft betrifft und du nicht recht weisst, was soll ich lernen, was ist als Nächste dran und du merkst, du bist in einer Zerrissprobe. Vielleicht hast du aber auch ein Identitätschaos und du weisst nicht, von wo komme ich, wo an gehe ich, für was lebe ich überhaupt, was ist der Sinn von meinem Leben. Und dann will ich dir sagen, Gott gibt uns seinen Heiligen Geist als Beistand, der Ordnung in das Chaos hineinbringt. Er wird klären, er wird Ordnung schaffen. Die Frage ist, ob wir ihn lassen. Aber er will es, weil er ein Geist von der Ordnung und nicht ein Geist von der Unordnung ist. Oft wollen wir Sachen selber machen, aber wenn der Heilige Geist schon die Erde so wunderbar geschaffen hat und in Ordnung gebracht hat, wie viel mehr kann er in deinem und in meinem Leben? Wir haben gehört, dass er allmächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Wenn immer der Heilige Geist als Beistand in das Leben von Menschen hineinkommt, dann passiert eine Veränderung. Wenn man vorhin von Gideon gehört, der sich unzulänglich gefühlt hat, weil er das Gefühl hatte, ich bringe nicht die nötigen Voraussetzungen mit für einen Dienst, den Gott mir gesagt hat, ich habe die falsche Abstammung, irgendwie schaffe ich es nicht. Vielleicht geht es dir genau gleich. Du fühlst dich ungebildet, unqualifiziert, hast das Gefühl, ich bin in die falsche Familie hineingeboren worden, ich habe die falschen Voraussetzungen mitgebracht, damit ich irgendwie etwas machen kann, damit das Leben so gelingen darf, wie es Gott will. Ich will dir zusprechen im Namen von Jesus Christus. Gott lässt dich nicht im Stich und sagt, wenn ich dich für etwas bestimmt habe, dann tue ich dich durch die Kraft von meinem Heiligen Geist an befähigen. Und ich selber erlebe das immer wieder tagtäglich. Ich habe als Förster gearbeitet, sechs Jahre. Ich habe nie gewusst, wie muss man eine Gemeinde leiten, wie läuft das, als Pfarr, wie geht das? Und ich kann euch sagen, es geht nur, weil Gott mich befähigt, weil er mir zur Seite steht und er mir zeigt, wo es durchgeht. Und ich könnte euch Beispiele und Beispiele erzählen, wo ich diese Führung immer wieder erlebe. Ohne ihn könnte ich es nicht. Und so lässt er dich auch nicht im Stich. Glaubst du das? Oder vielleicht geht es dir wie um Simson? Du bist nicht äusserlich gefangen wie der Simson damals von deinen Philistern, aber vielleicht hast du innerliche Strick, die dich gefangen nehmen. Zum Beispiel Angst, ungute Gewohnheiten, Sücht, Jähzorn, vielleicht ist es Giz, Eifersucht, oder vielleicht hast du dich mit der Finsternis, mit der Mächte der Finsternis, mit dem Teufel eingelassen. Es hat ganz spillerisch angefangen, aber du hast wirklich gemerkt, das bindet mich. Du hast nicht mehr Freiheit in dir hinein. Und oft fühlen wir uns dann machtlos und fühlen uns bunden. Aber weisst du, der Heilige Geist ist über Simson gekommen. Und er hat gemacht, dass die Striche zerrissen sind. Und genau so kann Gott durch sein Geist Menschenherzen befreien, kann uns aus Gefangenschaften heraus befreien. Nicht weil wir es können, sondern weil er es kann und ihm alle Macht geben ist. Und das will er auch in deinem und meinem Leben tun. Das, was uns fesselt, auseinander rissen. Und wir haben gehört, dass er allwissend ist. Ein Gott ist, der alles weiss. Und als Gott, der alles weiss, kann er dir auch Gottes Wort aufschlüsseln. Jeden Morgen, wenn ich Bibeln aufmache, dann bete ich folgendes und sage, Jesus, ich danke dir, dass ich dir begegnen darf. Und hilfst du mir, dass ich durch deinen Heiligen Geist das verstehen darf, was du für mich bereit hast. Dann fange ich an, zu lesen. Und es gibt immer wieder einen Satz, einen Abschnitt, wo Gott zu mir redet. Und ich weiss, der gibt mir ein Wissen weiter, das ich vorher nicht hatte. Und weil er allwissend ist, kann er dich richtig führen und weiss, was der Weg ist. Er kann dir helfen, Entscheidungen zu fällen. Die Frage ist, ob du ihn lachst oder nicht. Das Angebot steht hier. Gottes Geist wurde uns als Parakletos gegeben, uns zur Seite. Wir haben gesehen, er ist eine Person. Er ist nicht nur eine Person, sondern er ist eine göttliche Person, er ist Gott. Und der Gott, uns im Heiligen Geist den göttlichen Beistand gegeben hat. Weil das die Wahrheit ist, kann Gottes Geist uns nicht gleichgültig sein. Weil das die Wahrheit ist, dürfen wir ihn nicht stiefmütterlich behandeln. Weil das die Wahrheit ist, soll er in unserem Leben eine zentrale Stellung einnehmen. Und weil das die Wahrheit ist, dürfen wir Gott Danke sagen, dass er durch seinen Geist in uns wohnt, als der Beistand, als der Parakletos. Wir werden in dieser Serie nächsten Sonntag schauen, was er macht. Es wird eine spannende Serie werden, aber wir werden heute stehen bleiben, um uns einfach das vor Augen führen, wer er ist. Ich möchte zum Schluss nochmals die Vers aus Johannes 14, 16 bis 18 lesen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen, denn ich komme zu euch. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Amen. Amen.